Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Revolution am Himmel, die neuen Superteleskope von Professor Jochen Liske. Gehalten am 26. März 2019 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Heute soll es um Superteleskope gehen und ich habe mir relativ viel vorgenommen, relativ viel Material, weil es einfach so wahnsinnig viel zu erzählen gibt und damit es trotzdem alles in die Zeit passt, habe ich beschlossen, einfach die Einführung wegzulassen. Sie sind ja sowieso wahrscheinlich als Experten in der Astrophysik schon und deswegen gehe ich mal gleich hier in Medias Res, will ich mal gleich einsteigen und mit dem ersten Thema beginnen. Der erste Punkt, den ich heute Abend Ihnen mitgeben möchte, ist der, dass eben, obwohl die Astronomie mittlerweile ja doch eine recht alte Wissenschaft ist, wenn nicht sogar die älteste Wissenschaft ist überhaupt, sind wir immer noch, ist die Astronomie immer noch wissenschaftshistorisch gesehen, immer noch in einer Entdeckerphase. Wir wissen, dass wir noch längst nicht alles gesehen haben, was es da draußen im Universum zu sehen gibt. Und dazu möchte ich, um das zu illustrieren, möchte ich im Prinzip nur mal zwei Dinge ansprechen, die wir in den letzten 20, 25 Jahren herausgefunden haben. Okay, 20 Jahre sind jetzt nicht unbedingt die letzten fünf Jahre, aber wissenschaftshistorisch gesehen natürlich doch eher geradezu gestern. Das erste Thema sind Exoplaneten, sogenannte extrasolare Planeten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die um andere Sterne herumkreisen. Der erste solcher extrasolare Planet um einen normalen Stern ist erst 1995 entdeckt worden. Und mittlerweile kennen wir Tausende davon. Es gibt hier diese schöne Illustration, die ich als nächstes zeigen möchte. Das sieht ein bisschen farblich, ein bisschen gruselig aus, aber was ist das? Das sind einige der Entdeckungen von dem Kepler-Weltraumteleskop, das jede Menge, Tausende von Planeten gefunden hat. Und was hier dargestellt ist, sind einfach nur, wie diese Planeten um ihre Muttersterne kreisen. Wir sind natürlich auch einige Systeme entdeckt worden, wo es mehrere Planeten gefunden worden sind und die Größe stellt ungefähr auch die Masse dieser Planeten dabei. Alles, was ich hier illustrieren will damit, ist, dass wir wirklich Tausende von Planeten entdeckt haben und das in nur 20 Jahren. Wir haben sogar Planeten entdeckt, die der Erde sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Das ist eines der besten Beispiele hier. Ein Planet, der einen Stern umkreist, der nur etwa 10% größer ist als die Sonne. Dieser Planet hat etwa nur 1,6 Mal die Größe der Erde und umkreist die Sonne seinen Mutterstern auch in einer sogenannten habitablen Zone. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Also extrasolare Planeten und die Möglichkeit, womöglich auf einem solchen Planeten nach Leben zu suchen, das ist eine Entwicklung erst der letzten 20 Jahre. Anderes Thema. Kosmologie springen wir ans ganz, ganz andere Ende der Welt. Wir haben sicherlich alle schon mal gehört, dass das Universum sich ausdehnt. Das hat Edwin Hubble in den 1920er Jahren entdeckt. Und seitdem ging es natürlich sehr viel darum, herauszufinden, wie genau diese Ausdehnungsgeschichte des Universums denn vonstatten gegangen ist. Und in diesem Zuge ist in den späten 90er Jahren herausgekommen, dass die Ausdehnung des Universums sich beschleunigt. Sie geht immer schneller vonstatten. Und das ist extrem merkwürdig. Warum? Naja, auf diesen ganz großen kosmologischen Skalen ist die einzige physikalische Kraft, die dort wirkt, ist Schwerkraft, Gravitation. Und Gravitation ist ja nun mal immer nur anziehend. Deswegen sollte sich die Ausdehnung des Universums eigentlich verlangsamen. Denn was passiert da? Naja, die ganze Materie im Universum, alles zieht an allem und sollte eigentlich diese Ausdehnung verlangsamen. Genauso wie wenn ich diesen Präsenter nehme und den hochwerfe, dann zieht in dem Moment, wo der Präsenter meine Hand verlassen hat, zieht die Schwerkraft der Erde daran und verlangsamt die aufsteigende Bewegung, hält er irgendwann an und kehrt zurück. Auch wenn ich mit ganz viel Schwung hochwerfe und sogar der Schwerkraft der Erde entkommen kann, so zieht die Schwerkraft doch immer an diesen Präsenter und er wird mit Sicherheit immer langsamer werden. Das Universum auf der anderen Seite tut das nicht. Das Universum dehnt sich beschleunigt aus und das ist so merkwürdig und ist so ein Rätsel in der Physik, dass für diese Entdeckung eben auch der Nobelpreis für Physik in 2011 vergeben wurde. Wiederum eine Entdeckung, die Veröffentlichungen davon sind erst 20 Jahre alt. 1998 ist das entdeckt worden und seitdem versucht man herauszufinden, was genau denn die Rätsellösung ist. Wenn wir von diesem Schönheitsfehler, dass wir das nicht so ganz verstehen, warum das so ist, wir können das zwar parametrisieren, aber wirklich tief physikalisch verstehen wir das noch nicht mit dieser beschleunigten Ausdehnung, aber wir können es zumindest in ein Modell fassen. Und in diesen kosmologischen Modellen haben wir wahnsinnige Fortschritte gemacht. Hier ist ein anderes schönes Beobachtungsergebnis von dem Planck, dem europäischen Planck-Satelliten. Das hier ist ein Bild der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist sozusagen die Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist. Das ist ein Bild, eine Karte des gesamten Himmels, das müssen Sie sich so vorstellen. Stellen Sie sich davor, nehmen diese Karte und wickeln Sie sich um den Kopf, dann haben Sie ein Bild vom ganzen Himmel. Und was hier gezeigt ist, sind winzige Schwankungen in der Temperatur dieser Hintergrundstrahlung. Das ist sozusagen ein Bild des Universums, als das Universum etwa 380.000 Jahre alt war. Und aus diesem Bild, obwohl es so ein bisschen wie Rauschen aussieht, als ob man abends zu lange den Fernseher angelassen hätte, darin steckt wahnsinnig viel Information. Und mit dieser Beobachtung und anderen kosmologischen Beobachtungen sind wir mittlerweile so weit, dass wir eben ein kosmologisches Modell bauen können, das zwischen einer und zwei Handvoll Parameter nur hat. Also es gibt nur das Universum, wir können quasi auf kosmologischen Skalen, können wir das Universum, sein Alter, seine Entwicklung, sein Inhalt und so weiter, die Strukturbildung im Universum erklären mit eigentlich nur sieben Zahlen. Das ist ein wahnsinniger Erfolg und da fließen in diesem Modell ganz, ganz viele Beobachtungen herein, das ist nur eine davon und dass diese Beobachtungen alle zusammenpassen und dass man daraus ein konsistentes Bild der Kosmologie bilden kann, dann ist es ein Riesenerfolg und das ist wiederum ein Erfolg, der erst in den letzten 20 Jahren sozusagen zustande gekommen ist. Wobei ich nicht verschweigen will, dass dieses schöne Bild die zwei Schönheitsfehler hat, dass wir erstens nicht wissen, was dunkle Materie ist und zweitens eben diese beschleunigte Ausdehnung des Universums nicht verstehen, aber gut, das sind ja nur Details. Okay, das sind jetzt nur mal so zwei, drei Beispiele, um nur Ihnen mitzugeben sozusagen, dass die Astrophysik, die Astronomie, obwohl sie schon so alt ist, noch wirklich sehr, sehr lebendig ist und dass wir noch wahnsinnig viel entdecken. Das sieht man zum Beispiel auch daran, wenn man zum Beispiel sich die Dokumente vornimmt, mit denen begründet wird, warum man ein neues Teleskop haben will. Gutes, sehr schönes Beispiel für das Hubble-Weltraumteleskop, werden wir gleich noch sehen. Wenn man dieses Dokument nimmt, in dem drinsteht, warum brauchen wir, bevor das Hubble-Weltraumteleskop gebaut wurde, als man versuchte, den Politikern das Geld aus dem Kreuz zu leiern, da stand da drin, wir wollen alle die und die Fragen beantworten. Wenn ich das jetzt vergleiche, 30 Jahre später, damit, was Hubble tatsächlich alles geleistet hat, ja, das ist alles gemacht worden, was da drin stand, aber die größten Entdeckungen von Hubble hatte man damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Das steht in diesem Dokument, in diesem ursprünglichen Dokument, überhaupt gar nicht drin. Das heißt, wir sind wirklich noch in diesem Entdeckermodus und in dem Moment, wo man ein neues, großes Teleskop baut, findet man fast immer etwas Neues heraus, was vorher keiner vorhergesagt hat. Okay, dann sind wir schon bei Teleskopen. Das Teleskop ist mittlerweile über 400 Jahre alt und dieser Herr hier, Galileo Galilei, wird generell als derjenige genannt, der das damals gerade neu erfundene Teleskop zum ersten Mal an den Nachthimmel gerichtet hat. Und so ziemlich alles, was er damals gesehen hat, hat alles auf den Kopf gestellt, was man damals glaubte, über das Universum zu wissen. Die Phasen der Venus, die Sonnenflecken haben gezeigt, dass die Sonne eben keine perfekte Sphäre ist. Die Jupiter-Monde hat vier, die galileischen Monde um den Jupiter entdeckt, die gezeigt haben, dass es auch ein anderes Zentrum der Bewegung gibt als die Erde und so weiter und so fort. In den letzten 400 Jahren ist natürlich wahnsinnig viel passiert, kann jetzt nicht die ganze Geschichte des Teleskops durchgehen. Hier mal ein paar Beispiele, das berühmte Hooker 100-Zoll-Teleskop, mit dem Hubble damals die Ausdehnung des Universums entdeckt hat. Dann das Hale 200-Zoll-Teleskop, das für viele Jahrzehnte das größte Teleskop der Welt war. Und heute haben wir solche Dinger. Hier eins der Teleskope des Very Large Telescopes, ein 8,2-Meter-Teleskop, also mit einem Hauptspiegeldurchmesser von 8,2 Metern. Das ist nur eins von vieren, so sehen die vier von außen aus. Das ist die Paranalsternwarte, der europäischen Südsternwarte, die hier in Garching ihren Hauptsitz hat. Das ist so ziemlich das modernste optische und Infrarot-Observatorium, das wir im Augenblick auf dem Planeten haben. Aber in den letzten 400 Jahren haben wir nicht nur optische Teleskope weiterentwickelt, sondern wir haben uns auch im elektromagnetischen Spektrum ausgebreitet. Licht, also das, was wir mit unseren Augen sehen können, ist nur ein winziger Teil des elektromagnetischen Spektrums. Elektromagnetische Strahlung kann auch ganz andere Wellenlängen haben. Und auch die astrophysikalischen Objekte senden uns eben Strahlung bei allen möglichen Wellenlängen. So, zum Beispiel haben wir eben auch sowas gebaut hier, eben Radioteleskope, wer kennt das? Steht in Deutschland, also steht ja auch daneben, genau, in der Eifel, in Effelsberg, eines der größten vollbeweglichen Radioteleskope der Welt. Man kann sowas auch zusammenschalten, das nennt man dann Interferometrie, das berühmte Very Large Array, das VLA in New Mexico. Wer den Film Contact gesehen hat, der erinnert sich vielleicht daran. Die neueste Variante und das ist eines der aufregendsten Instrumente, die wir im Augenblick in der Astronomie haben, ist das hier, das ALMA, das Atacama Large Millimeter Array. Das steht auf einem Hochplateau in Chile auf 5000 Meter Höhe, 66 Antennen, die eben im Millimeter Wellenlängenbereich beobachten können. Aber das Spektrum ist noch viel größer. Nun haben wir allerdings das Problem, dass unsere Erdatmosphäre nur für bestimmte Wellenlängen durchlässig ist, nämlich für das optische Licht, für die Radiowellen, ein bisschen hier im Infrarot, aber für den Rest des Spektrums ist die Atmosphäre undurchlässig. Das ist natürlich auch ganz gut so, wenn die Atmosphäre durchlässig wäre für Röntgenstrahlung oder harte UV-Strahlung, dann wäre das extrem unangenehm für uns und für die Entwicklung des Lebens, dann hätte es das wahrscheinlich gar nicht gegeben. Aber auch bei diesen Wellenlängen senden astrophysikalische Objekte Strahlung aus und wenn man die beobachten will, naja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Teleskop zu nehmen und es über die Atmosphäre zu liften. Also Weltraumteleskope. Bevor wir aber zu den Weltraumteleskopen kommen, man kann es auch noch eine Nummer kleiner knüppern, dann sieht das so aus. Das hier ist SOFIA, ein deutsch-amerikanisches Projekt, ein Teleskop in einer kurzen 747, da DLR, die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, und die NASA, das ist eine Kooperation daraus, und da macht man hier an der Seite, das Ding fliegt auf etwa 13 Kilometer Höhe und da macht man auf der Seite die Luca auf und guckt mit einem immerhin zweieinhalb Meter großen Teleskop hier raus. Also nicht das erste Teleskop dieser Art, hat es früher auch schon mal gegeben mit dem Kuiper Observatory, aber das ist auch eine sehr spannende Sache. Aber wie gesagt, wenn man es richtig macht, dann geht man natürlich dann in den Weltraum und über die Jahrzehnte haben wir Dutzende von Weltraumteleskopen hochgeschossen, die meisten kennen nur einen oder zwei, aber tatsächlich haben wir wirklich Dutzende herausgeschossen und das hier ist wahrscheinlich das allerberühmteste von allen, das Hubble-Weltraumteleskop, das seit nunmehr 28 Jahren seine Bahnen über unseren Köpfen zieht, jetzt demnächst im April hat es wieder Geburtstag und es funktioniert immer noch, selbst nach 28 Jahren und fünfmal ist das Space Shuttle hochgeflogen und hat es sozusagen erneuert und rund erneuert, aber so langsam neigt sich die Lebensdauer des Hubble-Weltraumteleskops im Ende zu. Ein anderes Beispiel, aktuelles Beispiel möchte ich noch zeigen, das im Augenblick für viel Wirbel in der Astrophysik sorgt und das ist dieses Gerät hier, nennt sich Gaia, auch eine Mission der Europäischen Weltraumagentur, der ESA. Gaia ist ein Instrument, das Sterne vermisst. Hört sich jetzt erstmal nicht so spannend an, aber was Gaia tatsächlich macht, ist, es nimmt Sterne und bestimmt, na klar, die Position am Himmel, das ist noch relativ einfach, aber auch die Entfernung, dass ich eine Position, also 3D im Raum habe und auch die Bewegung dieser Sterne dreidimensional im Raum, also ich habe die Position und die Geschwindigkeiten. Und jetzt kommt es, das macht es nicht nur für ein oder zwei oder hundert Sterne, sondern für eine Milliarde Sterne. Das ist etwa ein Prozent, also die Milchstraße unserer Heimatgalaxie hat irgendwo zwischen 100 und 300 Milliarden Sterne. Also wir machen das hier für etwa ein Prozent aller Sterne in der Milchstraße, dass wir also die Milchstraße wirklich kartografieren. Dadurch werden wir wahnsinnig viel, oder haben schon angefangen, wahnsinnig viel darüber zu lernen, wie die Milchstraße aufgebaut ist und was ihre Entstehungsgeschichte ist sozusagen. Auch von diesem Instrument ist diese wunderbare Karte gekommen, wieder so eine ganz Himmelkarte, hier sieht man eben die Milchstraße und was hier aufgezeichnet ist, ist tatsächlich die Dichte der Sterne, also die Anzahl, in jedem Pixel ist hier aufgetragen, die Anzahl der Sterne, die Gaia vermessen hat. Und daraus kommt dieses quasi fotoartige Gebilde heraus. Dieses Dunkle sind natürlich die Staubwolken in der Milchstraße, die eben den Blick auf die dahinterliegenden Sterne verbergen. Ja, wunderbar, also eine ganz große Sache und da werden wir noch in den nächsten Jahren viel von hören. All diese Instrumente, weil alles das, was ich gezeigt habe, ist das, was wir im Augenblick haben. Das sind die Werkzeuge, mit denen wir in der Astrophysik im Augenblick schon arbeiten können. Wir haben also jede Menge Teleskope am Boden, wir haben jede Menge Teleskope in der Luft, zum Teil sind die nicht mehr aktiv hier, die sind nicht mehr ganz so aktuell hier, dieser Chart hier, aber trotzdem bei vielen verschiedenen Wellenlängen und große Teleskope am Boden. Und diese Kombination aus Teleskopen und diese Zusammensetzung, diese Fähigkeit, wirklich das gesamte elektromagnetische Spektrum einzusetzen, um astrophysikalische Objekte zu studieren, das hat so in den 90er Jahren eingesetzt, als die ersten 10, 8 und 10 Meter Teleskope sozusagen ans Netz gingen, da hat das so eingesetzt und das hat dazu geführt, was der ein oder andere Autor dazu verführt hat, die derzeitige Ära als das goldene Zeitalter der Astronomie zu bezeichnen. Diesen Ausdruck hat es auch schon früher gegeben, das wurde auch schon auf frühere Zeitalter verwendet, aber man kann durchaus der Meinung sein, dass so ab der Mitte, Ende der 90er und in den letzten 20 Jahren wirklich eben ein goldenes Zeitalter der Astronomie waren. Eben neue Teleskope, mit denen wir wahnsinnig spannende Dinge, wirklich fundamentale Dinge herausgefunden haben, wie zum Beispiel eben Exoplaneten, wie diese beschleunigte Ausdehnung des Universums, die eben sich kein Mensch erklären kann. Okay, also Punkt 1 war, wir haben neue Dinge erfunden, Punkt 2 war, wirklich neue Dinge in den letzten 20 Jahren gefunden, Punkt 2 war, wir haben ein Riesenarsenal an Möglichkeiten im Augenblick. Jetzt kommt Punkt 3. Ich will mal einen Schritt zurücknehmen und mal ganz kurz die Frage stellen, wie stellen wir das eigentlich an, etwas über das Universum herauszufinden? Was für Informationsträger erreichen uns eigentlich von astrophysikalischen Objekten? Was sind die Boten? Klar, elektromagnetische Strahlung, also Licht, da habe ich gerade drüber gesprochen, aller möglichen Wellendenken, das ist natürlich ganz klar, das ist die klassische Art und Weise, wie wir Astronomie machen. Man kann natürlich auch versuchen, irgendwo hinzufahren, hinzufliegen, Roboter hinzufahren oder sogar Menschen hinzubringen, die direkte Exploration. Naja, das funktioniert natürlich nur in unserer allernächsten Umgebung, sprich in unserem Sonnensystem mehr oder weniger. Dazu mal noch ein, zwei Kommentare. Das hier ist der Curiosity Rover, der NASA, der im Augenblick auf dem Mars aktiv ist und auf diesem Chart hier ist aufgetragen, verschiedene Gefährte, die die NASA und andere auf dem Mars und auf dem Mond abgesetzt haben und die Distanz, die sie gefahren sind mit diesen Gefährten. Ich bin überzeugt davon, dass man hieraus irgendwie einen ganz guten Index basteln könnte, wie technisch fortgeschritten eine Zivilisation ist. Wenn man fragt, wie viele Kilometer seid ihr denn schon auf der Oberfläche eines anderen Planeten gefahren? Daraus kann man wahrscheinlich ganz gut so einen Zivilationsindex, technischen Zivilationsindex draus machen. Auf jeden Fall hier, Opportunity, der ist mittlerweile jetzt endgültig auch tot, aber hier Curiosity hat mittlerweile, lassen Sie mich nicht lügen, 20,1 Kilometer zurückgelegt auf der Oberfläche des Mars. Das ist wirklich beeindruckend. Man kann bei der NASA solche Charts runterladen, hier den genauen Weg verfolgen und sozusagen auch den täglichen Marschbefehl nachverfolgen im Internet, wo sich Curiosity entlang bewegt. Und da haben wir natürlich diese wahnsinnigen Panorama-Shots irgendwie bekommen, aber auch das hier, das ist eins meiner Lieblingsbilder aller Zeiten überhaupt aus der Wissenschaft. Wissen Sie, was das ist? Bitte? Nein, das ist auf dem Mars, das ist auf der Mars-Überfläche ein Bild von Curiosity aufgenommen, aber dieser Brocken, wissen Sie, was das ist? Ein Meteorit, genau. Wir können Meteoriten auf der Oberfläche anderer Planeten finden. Das ist schon mal ganz cool. Und jetzt gucken Sie mal noch ganz genau hin. Sehen Sie diese fünf weißen Punkte da drauf? Wissen Sie, was das ist? Da hat Curiosity diesen Meteoriten mit einem Laser befeuert, um ein Stück der Oberfläche anzudampfen, um dann mit seinem Spektrometer herauszufinden, woraus dieser Meteorit besteht. Das ist echt cool, oder? Das war vor 20 Jahren noch Science-Fiction. Also wir finden Meteoriten auf anderen Planeten und schießen dann mit Lasern drauf. Ich finde das, also das finde ich echt geil. Man sollte ja meinen, wir machen jetzt ja seit einiger Zeit schon Weltraumfahrt und erforschen unser Sonnensystem. Da sollte man meinen, naja, mittlerweile haben wir alles gesehen, was es um Sonnensystem zu sehen gibt. Denkste, dem ist mitnichten so. Beispiel Pluto. Dieses Bild hier stammt von Ende 2015. Ende 2015 ist die New Horizons Mission, war die erste Flyby-Mission, die am Pluto vorbeigeflogen ist. Vorher hatten wir noch keinen näheren Kontakt mit Pluto. Und Pluto ist immerhin eines der doch größeren, weil es zwar zum Status eines Zwergplaneten degradiert worden, sozusagen, aber es ist ja doch eines der größeren Objekte in unserem Sonnensystem. Und 2015 haben wir zum ersten Mal ein solch detailliertes Bild von Pluto bekommen. Also man sollte sich, wenn man der Meinung ist, dass man schon alles gesehen hat, dem ist mitnichten so. Es gibt viele, viele Monde, auch größere Monde noch von Jupiter und Saturn zum Beispiel, die wir noch überhaupt gar nicht genau unter die Lupe genommen haben. Also auch im Sonnensystem und mit den Mitteln der direkten Exploration gibt es noch sehr viel zu tun. Zurück zu den Booten. Jetzt kommen zwei etwas exotischere Varianten. Zum einen die kosmische Strahlung. Was ist kosmische Strahlung? Kosmische Strahlung sind geladene Teilchen, die uns aus dem Universum erreichen. Und ich sage es gleich vorneweg, wir wissen gar nicht so genau, wie und wo sie produziert werden. Das ist Gegenstand der Forschung. Das sind sehr, sehr energetische, sehr energiegeladene Teilchen. Und wo die eben herkommen, wissen wir nicht genau. Es sind aber geladene. Wir haben ein Observatorium, mit dem wir die beobachten können, das PRG Observatory in Argentinien. Wenn diese Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen, dann reagieren sie damit. Und es steht so ein ganzer Sekundärpartikelschauer. Es entsteht auch Licht, Scherenkov-Strahlung. Und diese Partikel kann ich auf dem Boden mit solchen Wassertanks nachweisen und kann das Scherenkov-Strahlung mit Teleskopen nachweisen. Also wir können das sehen, diese Dinger, diese kosmische Strahlung. Aber es ist noch gar nicht so einfach, damit wirklich Astrophysik zu machen. Denn es ist sehr, sehr schwierig, diese kosmische Strahlung einzelnen Quellen zuzuordnen. Schwierig ist untertrieben. Es ist eigentlich unmöglich, bisher unmöglich, die einzelnen Quellen zuzuordnen. Weil es sind ja geladene Partikel. Und geladene Partikel haben nur mal die Eigenschaft, dass sie sich von Magnetfeldern ablenken lassen. Das heißt, da wird ein Teilchen irgendwo im Universum generiert und dann auch beschleunigt vor allem. Und auch unterwegs zu uns geht es um 25 Ecken rum, weil es eben überall, wenn auch nur schwache, aber doch existierende Magnetfelder gibt. Und somit werden die abgelenkt. Und die ursprüngliche Richtung, woher es kam, oder die ursprüngliche Richtung, aus der ich es empfange, ist nicht die Richtung, aus der diese Teilchen kamen. Deswegen ist es noch relativ schwierig, mit kosmischer Strahlung Astrophysik zu machen. Aber natürlich meine Kollegen aus der Astro-Teilchen-Physik, das ist natürlich deren täglich Brot, sich damit zu beschäftigen, woher die kommen und welche Mechanismen es gibt, die diese Teilchen auf diese enormen Energien beschleunigen können. Dann gibt es noch Neutrinos. Neutrinos sind etwas geisterhafte Teilchen, die fast keine Masse haben, nur ein kleines bisschen Masse haben. und die aber vor allem die Eigenschaft haben, dass sie so gut wie mit nichts interagieren. In jeder Sekunde, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen, ich gucke sie immer nach und dann vergesse ich sie immer wieder, in jeder Sekunde gehen durch jeden Quadratzentimeter ihrer Haut Tausende, wenn nicht Zehntausende von Neutrinos. Und sie merken nichts davon. Sie merken nichts davon, weil diese Teilchen weder mit ihrer Haut noch mit sonst irgendwas in ihrem Körper interagieren. Diese Teilchen sind so geisterhaft, dass sie quasi durch die gesamte Erde, ja sogar durch einen gesamten Stern hindurchfliegen können, als ob das nichts wäre, als ob dieser Stern komplett durchsichtig wäre. Das liegt eben daran, dass diese Teilchen Neutrinos eben an keiner der normalen Kräfte teilhaben, sondern nur an der sogenannten schwachen Wechselwirkung und wie der Name schon sagt, diese Kraft ist eben sehr, sehr schwach. Das birgt natürlich, diese Eigenschaft von Neutrinos birgt natürlich in sich, dass sie wahnsinnig schwierig nachzuweisen sind. Aber wir haben ein Neutrino-Observatorium und zwar am Südpol, das nennt sich Ice Cube. Da ist ein Kubikkilometer Eis geschmolzen worden sozusagen und da sind diese Fäden eingezogen worden und an diesen Fäden hängen solche Kugeln, in denen Fotodetektoren sind, also Lichtdetektoren. Und die Idee dabei ist, dass man eben ein Neutrino, das durch dieses Kubikkilometer Eis durchquert, das eben ab und zu von den Millionen von Neutrinos, die da eben durchflirren, ab und zu eben doch mal eins mit einem Eismolekül, mit einem Wassereismolekül interagiert, dabei Cherenkov-Strahlung produziert und dann eben diese Strahlung eben hier nachgewiesen werden kann. Das funktioniert auch. Wir haben schon viele Neutrinos oder einige Neutrinos nachgewiesen, aber wenn ich jetzt viele sage, die sind noch zählbar, also so viele sind es nicht. Ursprünglich hatten die alle Namen, die Neutrinos, die man so detektiert hat, aber eine der berühmtesten waren Ernie und Bert. Aber mittlerweile haben die keine Namen mehr. Aber wiederum ist es nicht so ganz einfach, eben diesen Neutrinos, die Quelle wirklich dingfest zu machen und zu sagen, dieses Objekt ist verantwortlich für die Neutrinos, die wir sehen. So langsam kommen wir da hin. Erste Erfolge hat es da kürzlich gegeben. Aber nochmal, das ist noch immer sehr, sehr schwierig, damit Astrophysik zu machen. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Methode oder zu einem anderen Boden, einem anderen Informationsträger und zwar den Gravitationswellen. Das hat auch kürzlich große Wellen geschlagen und auch kürzlich einen Nobelpreis gegeben in der Physik. Wenn ich zwei sehr kompakte Objekte habe, die sich einander umkreisen, wie zum Beispiel zwei schwarze Löcher, dann senden diese Löcher sogenannte Gravitationswellen aus. Was sind Gravitationswellen? Naja, das sind im Prinzip Wellen in der Raumzeit. So ganz genau, wir müssen es gar nicht verstehen. Sie können sich schon vorstellen, einfach quasi wie Wellen auf der Oberfläche eines Teichs. Nur, dass es eben nicht wirklich ein Medium ist, in dem sich diese Wellen ausbreiten, sondern eben die Raumzeit selbst. Dieser Effekt ist ein Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie. Also wurde von Albert Einstein schon vorhergesagt. Als er das aber ausgerechnet hat, wie groß denn dieser Effekt sein würde, hat er den Stift fallen lassen und hat sozusagen gesagt, der Effekt ist so winzig, winzig klein, das wird nie irgendjemand beobachten können. Was genau passiert denn, wenn so eine Gravitationswelle durchkommt? Das ist jetzt hier alles natürlich extrem dargestellt. Naja, ich stelle mir jetzt vor, dass eine Gravitationswelle hier durch den Screen durchgeht, dann streckt und staucht sie den Raum periodisch. Also wenn jetzt so eine Gravitationswelle durch mich hindurch gehen würde, dann würde ich größer und noch schmaler werden und zwischendurch breiter und sinken. Wenn ich das also so darstelle, hier kommen die Gravitationswellen an, von irgendeinem paar schwarzen Löcher, die hier drüben sich einander umkreisen, dann würde das sozusagen die Erde hier so ein bisschen in Schwingung versetzen. Das Problem dabei ist, das ist hier extrem übertrieben dargestellt. Die Erde ist 6000 Kilometer im Durchmesser. Jetzt frage ich mich also, wie groß ist denn dieser Effekt, dieses Stauchen und diese Strecken? Wenn ich die Erde als Detektor benutzen könnte, die also 6000 Kilometer im Radius ist, dann wäre der Effekt oder die Größe, durch die die Erde gestaucht und gestreckt werden würde, beträgt 0,1% der Größe eines Atoms. Okay, das ist dann der Punkt, wo man als Experimentalphysiker seine sieben Sachen packt und sich was anderes sucht, weil das erscheint aberwitzig, versuchen zu wollen, einen so derartig winzigen Effekt zu finden. Also relativ gesprochen ist dieser Effekt größenordnungsmäßig so bei 10 hoch minus 21. Die Tatsache, dass es tatsächlich Leute gibt, die das versucht haben, experimentell nachzuweisen, das ist wirklich enorm, die Geschichte der Gravitationswellendetektion ist eine sehr, sehr lange und die Leute, die daran gearbeitet haben, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass das sehr, sehr hartnäckige Leute sind. Wie macht man denn das? Man benutzt so einen Laserinterferometer, also man hat hier einen Laserstrahl, den splittet man auf, schickt ihn in zwei Arme, die 90 Grad voneinander getrennt sind, am Ende steht jeweils ein Spiegel, dann schickt man das Licht zurück und wenn die Licht ist, kann ich ja auch als elektromagnetische Welle beschreiben und wenn diese Wellen so aufeinandertreffen, dass sich Lichtberge und Täler aufeinandertreffen, dann gibt es eine sogenannte negative Interferenz, eine destruktive Interferenz und man sieht gar nichts. Wenn sich das aber so verschiebt, dass Berge auf Berge und Täler auf Täler treffen, dann ist das eine konstruktive Interferenz und dann sieht man sozusagen Licht. Und genau das macht man, wenn ich jetzt eine Gravitationswelle von oben hier drauf treffe, dann streckt sie eben den einen Arm und staucht den anderen Arm, sodass eben die Wellen des Lichts periodisch gegeneinander verschoben werden. Und wenn ich sie dann eben zusammenbringe, dann verschiebe ich die so, mal sehe ich Licht, mal sehe ich kein Licht. Das ist die Art und Weise, das grundlegende Prinzip, wie ich eben diese Gravitationswellen nachweisen kann, direkt nachweisen kann. Und das hat man gemacht in den USA, hat man zwei solche Dinger gebaut, hier sieht man diese beiden Arme, die sind vier Kilometer lang, LIGO, Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory nennen die, eins steht in Louisiana und eins in Washington State, und die haben also solche Signale 1915 zum ersten Mal eben entdeckt. Wir haben übrigens auch eins in Deutschland, gar nicht so weit, naja, in der Nähe von Hannover, Geo 600, Anfang der 2000er in Betrieb gegangen, eine internationale Kooperation, nicht nur Deutsch, sondern auch andere europäische Staaten beteiligt, aber wie der Name 600 schon beschreibt, ist, dass diese Länge hier sind nur 600 Meter. Also damit werden keine Gravitationswellen detektiert, aber hier wird ganz, ganz viel von der Technologie entwickelt, die eben auch unter anderem bei LIGO verwendet wird. Und wir haben ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Kollegen hier vom Max-Pang-Institut für Quantenphysik, die hier in Garching, glaube ich, auch mit solchen Dingen beschäftigt sind unter anderem. Das sind die Daten, die eben gesehen worden sind in Hanford, also in Washington und in Livingston, das sind diese beiden Daten. Achso, ich sollte noch erklären, was man da sieht, ist wirklich nur den allerletzten Moment der schwarzen Löcher, wie sie sich umkreisen. Dadurch, dass die Gravitationswellen absenden, verlieren sie Energie, das heißt, dann kommen sie sich immer näher und irgendwann verschmelzen sie miteinander. Und was man sieht, diese Gravitationswellen werden erst dann stark genug, sozusagen im allerletzten Moment, wenn sie sich schon sehr, sehr nahe gekommen sind und sich sehr schnell umkreisen. Und das ist genau das, was man hier sieht, das ist diese Oszillation, die man hier sieht. Hier unten, das ist der Bruch, das ist eine Zehntelsekunde hier unten. In einer Zehntelsekunde habe ich zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen, in einer Zehntelsekunde. Und wupp, hier sind sie miteinander verschmolzen, die Amplitude wird immer höher, die Frequenz wird immer höher und dann hier sind sie miteinander verschmolzen und dann verschwindet das Signal. Und die beiden Signale sind um den Bruchteil einer Sekunde voneinander verschoben, klar, weil die Gravitationswelle erst in einen Detektor im Nordwesten der USA und dann den anderen Detektor erreicht hat. Dieses Gravitationswellen-Prinzip eröffnet uns sozusagen einen ganz neuen Blick auf das Universum. Mittlerweile haben wir zehn Fusionen von schwarzen Löchern beobachten können, also haben die Kollegen, die LIGO, das beobachten können. Das sind die Massen, also wir reden hier von schwarzen Löchern, die so zwischen 20, also einigen zehn Sonnenmassen auf die Waage bringen und miteinander verschmelzen. Das sind extrem energetische Events. Die Energie, die in diesen Gravitationswellen ausgestrahlt wird, ist riesengroß und doch sind sie für im elektromagnetischen Licht vollkommen unsichtbar. Keiner dieser Verschmelzungsevent könnte sich ja vorstellen, dass das irgendwie eine Riesenexplosion geben würde oder irgendwie noch was anderes da passiert. Aber Tatsache ist, keiner dieser Events, und wir haben, weiß Gott, danach gesucht, ist mit normalen Teleskopen sichtbar gewesen. Das heißt, mit diesen Gravitationswellen sehen wir einen Teil des Universums, der uns bisher vollkommen verschlossen gewesen ist. Wir öffnen hier, haben hier ein neues Fenster aufgestoßen auf das Universum und sehen hier Phänomene. Das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt noch jede Menge Phänomene im Universum zu sehen, von denen wir bisher noch keine Ahnung hatten. Allerdings, ein Beispiel hatten wir sehr wohl, wir hatten nicht nur schwarze Löcher, die miteinander verschmelzen, sondern wir hatten auch ein Event, wo zwei Neutronensterne miteinander verschmolzen sind. Und diese Verschmelzung, die haben wir sehr wohl mit anderen Teleskopen gesehen. Denn bei einer solchen Verschmelzung, hier ist eine Simulation wiederum, kommt es sehr wohl zu einer Art explosiven Ausdehnung. Achtung. Boom. Das ist die Strahlung, da entstehen solche Jets und sehr heißes Plasma und so weiter. Und das generiert eben elektromagnetische Strahlung, die wir dann mit unseren Teleskopen eben sehen können. Hier ist die Galaxie, in der das, was wir da gerade in der Simulation gesehen haben, entstanden sind. Und hier sieht man eben in sichtbarem Licht sozusagen diesen Event, der wirklich zeitgleich passiert ist mit der Detektion der Gravitationswellenlängen. Dieses eine Event ist von all diesen Observatorien auf der Welt gesehen worden, von den Gravitationswellendetektoren in Amerika. Wir haben übrigens auch einen in Norditalien, Virgo, stehen, ein europäisches Projekt. Und auch mit diesen Weltraumteleskopen, all diese Teleskope haben diesen einen Event gesehen. Und das ist sozusagen eines der, oder der, was jetzt hier passiert, bei diesem Neutronenstern-Event. Wir haben den gleichen Event, zwei Neutronensterne, die miteinander verschmelzen, haben wir gesehen, sowohl in Gravitationswellen als auch in elektromagnetischer Strahlung. Das heißt, es ist jetzt zum ersten Mal, dass wir das gleiche Objekt mit verschiedenen Booten, durch verschiedene Informationsträger gesehen haben. Das ist sozusagen die Geburtsstunde einer neuen Art von Astronomie. Ich habe vorhin von den verschiedenen Wellenlängen gesprochen in der Astronomie. Ganz früher, in den 50er Jahren, da waren Astronomen noch sehr stark, man war entweder ein optischer Astronom oder man war ein Radioastronom, und da war man noch sehr stark getrennt. Das hing mit den Beobachtungsmethoden zusammen, da gab es diesen Wellenlängenschauvinismus noch. Das ist dann sozusagen in den 80er Jahren und 90er Jahren ist das dann runtergebrochen worden. Heute kommen, glaube ich, nicht mehr sehr viele Astronomen auf den Gedanken, sich nur als reiner Radioastronom zu bezeichnen. Also in den 80er, 90er Jahren war sozusagen die Geburt der Multiwellenlängenastronomie. Was wir jetzt hier erleben, ist die Geburt der Multi-Informationsträger, der Multi-Messenger-Astronomie. Dass wir also nicht mehr nur mit Licht verschiedener Wellenlängen, sondern tatsächlich mit all diesen verschiedenen Informationsträgern anfangen, Astrophysik zu machen und über das gleiche Event oder das gleiche astrophysikalische Objekt etwas herauszuleben. Also, kleiner Zwischenstand. Wir entdecken noch immer Dinge, oder wir sind uns ganz sicher, dass das Universum noch ganz viele Dinge und sehr interessante, grundlegende physikalische Dinge zu bieten hat, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben noch längst nicht alle Phänomene im Universum gesehen, die es zu sehen gibt. Wir haben ein Riesenarsenal an Multiwellenlängeninstrumenten, um damit das Universum zu beobachten. Und was jetzt in den letzten zehn Jahren auch noch hinzugekommen ist, ist eben die Möglichkeit, das Universum eben auch mit diesen anderen Informationsträgern zu beobachten. Also das ist diese Multi-Messenger-Astronomie, von der ich eben gesprochen habe. Also das sind Entwicklungen, die genau jetzt stattfindet und die in den nächsten 20 Jahren ganz steil nach oben gehen wird und wo wir noch sehr, sehr viel herausfinden werden. So, was ich jetzt aber doch noch machen möchte, ist wieder zurückkehren irgendwie zu der guten alten elektromagnetischen Strahlung, zum guten alten Licht und ihn ein bisschen näher bringen, ein paar von den Projekten eben näher bringen, mit denen wir die klassische Astronomie auch eben nach vorne bringen wollen. Nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Was können wir überhaupt über Licht messen? Naja, wir können messen, woher es kommt. Wir können seine Ankunftszeit messen. Wir können seine Intensität messen, wie hell ein Objekt ist, wie viel Licht uns erreicht pro Zeiteinheit. Wir können seine Energie messen oder auch seine Wellenlänge oder Frequenz. Und wir können seine Polarisation messen. Das ist egal, vergessen Sie das, brauchen gar nicht zu erklären. Und worum es eigentlich geht in der Astronomie, in der beobachtenden Astronomie, worum es geht, ist diesen beobachtungstechnischen Parameterraum sozusagen so gut wie möglich auszuschöpfen. Ein Teleskop kann immer nur Teile hiervon messen oder einen Teil dieses Raums messen. Also nehmen wir zum Beispiel Energie. Ich habe eben gesprochen, das elektromagnetische Spektrum geht von den Röntgen und noch härteren Strahlen, den Gammastrahlen, bis hin zum Radiowellenlängenbereich. Für diese verschiedenen Bereiche brauche ich verschiedene Technologien, verschiedene Teleskope. Ich kann nicht das gesamte Energiespektrum mit einer einzigen Technologie und mit einem Teleskop abdecken. Man muss sich halt immer einen Teil daraus herausschneiden, aus diesem Parameterraum und damit dann Physik machen. Und der Witz ist eigentlich, dass es beim ganzen Teleskoppau oder beim Instrumentenbau geht es immer darum, irgendwie eine neue Ecke dieses Parameterraums zu erschließen, in der ich vorher noch nicht beobachten konnte. Und dabei geht es immer um sozusagen die Intervallgröße, also wie viel zum Beispiel, um bei dem Beispiel Energie zu bleiben, wie viel des Spektrums kann ich abdecken und mit welcher Auflösung kann ich das machen. Wenn ich also ein neues Instrument baue, wo ich einen dieser Parameterräume oder irgendeine Kombination dieser Parameter besonders gut vermessen kann, mit einer besonders großen Intervallgröße oder einer besonders großen Auflösung, dann entstehen immer neue Entdeckungen. Und das ist immer das Ziel, wenn man ein neues Teleskop baut. Und warum wir überhaupt noch ein neues Teleskop bauen, das hängt eigentlich, bauen können, das liegt schlicht und ergreifend am technologischen Fortschritt, an dem rasant voranschreitenden Fortschritt in allen möglichen Bereichen der Technologie. Das hat mit Weltraumfahrt zu tun, das hat mit Computertechnologie zu tun, das hat mit der Entwicklung von digitalen Detektoren zu tun, aber auch mit anderen und allen möglichen, mit Materialphysik, mit der Fähigkeit, komplexe Systeme kontrollieren zu können und so weiter und so fort. Diese Technologie, die eben voranschreitet, mit das berühmte Moore's Law, alle 18 Monate verdoppeln sich die Fähigkeiten in der digitalen Welt und so weiter, da hängen wir in der Astrophysik, natürlich auch andere Wissenschaften, aber in der Astrophysik eben ganz stark, da hängen wir ganz unmittelbar dran. Und wir profitieren da eben ganz unmittelbar und können dann eben unsere, wenn es neue Technologien gibt, dann eben unsere neue Beobachtungstechnologien eben auch daraus entwickeln und somit einen neuen Teil dieses Beobachtungsraums sozusagen erschließen und dadurch neue astrophysikalische Phänomene finden. Erstes Beispiel. Das sogenannte Large Synoptic Survey Telescope, das LSST, ein Teleskop, das gerade gebaut wird in Chile, ein etwa 8-Meter-Teleskop, das ist jetzt nur eine grafische Darstellung, das existiert noch nicht, ein etwa 8-Meter-Teleskop und der Name Survey verreibt es schon, es ist ein Durchmusterungsteleskop. Dieses Teleskop wird in der Lage sein, den gesamten sichtbaren Himmel innerhalb von einer Woche abzufotografieren. Naja, und nach einer Woche wird es vermutlich nicht einpacken, sondern die nächste Woche macht es es wieder und die nächste Woche auch wieder und die nächste Woche auch wieder. Und das macht es, dass über mindestens 10 Jahre wird es das machen. Es wird über 10 Jahre sozusagen den gesamten Südhimmel kartografieren und überwachen sozusagen. Bevor wir das sehen, warum es das macht, gucken wir uns das nochmal kurz an, wie das aussieht. Extrem kurz, eine Art und Weise, wie man so ein solches Teleskop hätte man vor 30, 40 Jahren noch überhaupt nicht bauen können. Das ist erst jetzt sozusagen möglich. Hier ist der Hauptspiegel mit einer riesigen Kamera. Das ist der Hauptspiegel, der Sekundärspiegel. Hier gibt es einen dritten Spiegel und das ist die Kamera. Diese Kamera ist absolut gigantisch. Bevor ich Ihnen die zeige, aber nochmal den Hauptspiegel. Dieser Hauptspiegel ist sehr extrem geschliffen und das geht eben nur mit computergesteuerte Technologie. Und der hat ja auch die Eigenschaft, dass der dritte, der Tertiärspiegel, in das gleiche Substrat reingeschliffen worden ist. Also hier der Hauptspiegel, der Primärspiegel, ist eigentlich nur das hier außenrum. Das ist hier im Schleifprozess. Mittlerweile ist der Spiegel lange fertig. Und diese Kamera ist absolut gigantisch. Das ist die größte Digitalkamera, die die Menschheit je gebaut hat. Hat etwa 3,2 Gigapixel. Das ist also ein 1 zu 1 Modell hier, das hier hochgehalten wird. Also wenn Sie, diese Detektoren sind, grundsätzlich ist es natürlich nicht dasselbe, aber grundsätzlich sind das solche elektronischen Detektoren, die Sie ja alle in Ihren Handykameras haben oder in Ihren Digitalkameras haben, das ist eben eine gigantische Version, eine wissenschaftliche Version davon. Diese Filter hier und diese Linsen, die hier vorgebaut werden, sind ein echtes Problem, weil die Größenordnungsweise sind die etwas größer als einen Meter. Und Linsen zu bauen, die größer sind als einen Meter, ist ein Riesenproblem. Das war genau der Grund, warum wir vor 100 Jahren angefangen haben, Spiegelteleskope zu bauen und keine Linsenteleskope mehr zu machen, weil das einfach sehr, sehr schwierig ist. Und das ist auch heute noch schwierig, solche großen Linsen zu bauen, aber es geht eben so gerade in diesem Instrument. Also es ist ein Monstrum von einer Kamera. So sieht es aus in Chile, so sah es aus, so sieht es mehr oder weniger jetzt aus, schreitet also gut voran und es soll im Jahre 2022, glaube ich, seinen Betrieb aufnehmen. Was kann man damit machen? Man kann damit dunkle Materie und diese dunkle Energie, die eben für diese beschleunigte Ausdehnung des Universums, von dem ich am Anfang gesprochen habe, kann man damit erforschen. Das hatte ich eben gesagt. Man kann aber auch Sonnensysteme, hatte ich eben schon gesagt, wir haben noch längst nicht alles erforscht. Wir werden die Anzahl der Objekte, der bekannten Objekte im Sonnensystem, um einen Faktor 100 erhöhen. Und das ist wirklich der springende Punkt, wir werden zum ersten Mal wirklich systematisch das veränderliche Universum erschließen. Man steht so in seinem Garten und guckt in den Himmel und denkt, naja, die Sterne, das war schon immer so. Das ist mit dem ist mitnichten so. Im Universum passieren ganz viele Dinge. Wir haben eben die verschmelzenden schwarzen Löcher und Neutronensterne gesehen. Sowas passiert die ganze Zeit. Auch Sterne machen die ganze Zeit Dinge. Also es gibt sehr viele Typen von veränderlichen Sternen. Und weil ich eben mit diesem Teleskop den Himmel einmal pro Woche komplett abfotografieren kann und das auch noch bei mehreren verschiedenen Wellenlängen, kann ich natürlich dann jede Woche vergleichen, hat sich irgendwas getan am Himmel? Und ja, es tut sich jede Menge am Himmel und zwar so viel, dass in jeder Nacht werden Millionen von solcher Veränderlicher gemeldet werden von diesem Teleskop. Also alle Veränderungen werden innerhalb von 60 Sekunden in Echtzeit gemeldet und davon wird es Millionen pro Nacht geben. So, jetzt besteht natürlich die Herausforderung darin, aus diesem Datenstrom die wirklich interessanten Dinge herauszufiltern. Und da werden alle möglichen Algorithmen darauf angewandt werden und künstliche Intelligenz und so weiter, um da die wirklich interessanten Sachen herauszufinden. Aber das ist sozusagen die große Neuerung in diesem Teleskop. Das ging eben bisher nicht in dieser Form, wirklich eben dieses Zeit, die Variabilität des Universums wirklich systematisch zu erforschen. Und da werden sicherlich auch jede Menge Sachen bei rauskommen, die jetzt noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Nächstes Beispiel. Das hier ist ein Video, hier soll entstehen, das sogenannte europäische, das Extremely Large Telescope. Früher hieß es das European Extremely Large Telescope, jetzt heißt es aber nicht mehr so. Ein 39,3 Meter großes Teleskop, das gerade im Bau befindlich ist, wiederum in Chile. Wir sind ja mit unserer Namensgebung nicht so wahnsinnig kreativ. Wir hatten eben das Very Large Telescope und das Very Large Array und das hier ist das Extremely Large Array. Aber gut, Hauptsache wir sind in der Wissenschaft ein bisschen kreativer. So soll es mal aussehen und dieses Telescope wird hoffentlich 2024, 2025 an den Himmel gehen und wenn es denn fertig gebaut ist, wird das mit Abstand das größte optische und Infrarotteleskop der Welt werden. Und zwar nicht nur zu dem Zeitpunkt, wenn es fertiggestellt ist, sondern sogar noch für einige Jahre oder für viele Jahrzehnte wahrscheinlich danach. So hier im Vergleich hier, das hier der schiefe Turm von Pisa und das hier ist das VLT, das wir eben gesehen haben, diese vier Achtmeter Teleskope im Vergleich zum ELT, zum Extremely Large Telescope. Naja, aber wir sind ja hier in München, da muss das so aussehen. Und dieser Vergleich ist gar nicht so blöd eigentlich, weil tatsächlich diese Struktur schon so groß ist und die Leute, die sowas bauen können, sind tatsächlich solche, die normalerweise ihr Geld mit dem Bau von Stadien verdienen. Also das ist schon eine ganz erhebliche Struktur, die dann gebaut werden muss. Das wird von Europäern gebaut, sozusagen dieses Teleskop. Es gibt auch zwei ähnliche Projekte, die von Amerikanern geführt werden, es sind internationale Projekte, die aber von Amerikanern geführt werden. Das 30 Meter Telescope, habe ich gerade vergessen, wie groß das ist. Und das Giant Magellan Telescope, also man sieht schon, die werden deutlich kleiner sein als unser schönes 39 Meter Teleskop. Da können wir als Europäer hoffentlich stolz drauf sein. Das wird das LSST, das ich eben schon gezeigt habe, hier mal im Vergleich. Aber diese neue Generation an eben extrem großen Teleskopen, die ist jetzt schon im Bau. Das nur mal hier so im Vergleich, das ist ein sehr schönes Chart hier. Das ist das ELT, der Hauptspiegel, das ist ein Vergleich hier der Spiegelfläche von verschiedenen Teleskopen. Das ist das ELT, das ist das TMT, das 30 Meter Teleskop, das auf Hawaii gebaut wird. Und fast alle anderen hier sind die, die bereits im Augenblick existieren. Hier drüben ist übrigens das Hubble-Weltraumteleskop. Ein sehr kleines Teleskop. Hier ist das VLT, die 4, 8 Meter Spiegel. Das hier sind so die größten, die wir im Augenblick haben. SOLD, ein 10 Meter Teleskop, KEK und das GTC auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Das sind die größten 10 Meter Teleskope. Die Lichtsammelfläche des ELTs ist so groß, wie die gesamte Lichtsammelfläche aller existierenden Teleskope zusammengenommen. Wir werden also mit dem ELT mit einem Schlag unsere Lichtsammelkapazität verdoppeln. Das ist enorm. In der Vergangenheit ist man eigentlich immer in der Größe, wenn man ein größeres Teleskop gebaut hat, ist man immer so ein Faktor 2 größer geworden. Jetzt gehen wir ein Faktor 4 in die Größe. Nur weil es so schön ist und weil es einfach in diese tollen Videos geht, fliegen wir mal noch ganz kurz da rein, so soll es bald aussehen. Nur um nochmal ein Gefühl für die Größe geben, 39 Meter Teleskop, man sollte so halbes Fußballfeld, das ist so die Größenordnung, in der man denken sollte. In dieser Struktur hier werden etwa 3000 Tonnen Stahl verbaut werden, die in der Kuppel drumherum nochmal etwa so viel an Stahl. Genau, okay, das ist ein bisschen langweilig jetzt. So sind die Spiegel angeordnet. Es gibt hier fünf Spiegel, das ist der Hauptspiegel mit seinen 39 Metern Durchmessern, wie gesagt, hier oben der Sekundärspiegel. Dieser Sekundärspiegel ist immer noch 4,2 Meter groß. Das ist etwa die Größe von Teleskopen aus der vorigen Generation von Teleskopen. Also die jetzige Generation ist 8 bis 10 Meter, die Generation davor war etwa 4 Meter. Das heißt, in diesem Teleskop verbauen wir als Sekundärspiegel einen Spiegel, der so groß ist wie der Hauptspiegel von vor zwei Generationen. Okay, das ist schon recht beeindruckend und dann schicken wir eben hier das Licht irgendwann hier raus auf diese großen Plattformen und auf diesen Plattformen dort stehen dann eben die Instrumente, die das Licht von dem Teleskop einsammeln und weiterverarbeiten. Wo soll das Ganze gebaut werden? Wieder in Chile. Ich habe Chile jetzt schon mehr als einmal erwähnt. Warum eigentlich Chile? Was ist so besonders an Chile? Naja, zum einen ist es dort dunkel. Das hier ist eine echte Aufnahme der Lichtverschmutzung sozusagen aus dem All, also mehrere Aufnahmen. Und man sieht eben hier in Chile in der Atacama-Wüste, da ist es sehr dunkel. Man kann da, es ist sehr abgelegen da von der Zivilisation. Auch das sind Satellitendaten hier von der durchschnittlichen Transmission, der durchschnittlichen Durchlässigkeit der Atmosphäre. und da sieht man eben hier klar die arabische Halbwüste, aber eben auch hier in der Atacama-Wüste sind die Bedingungen sehr, sehr, sehr gut. Also hat man sehr selten Wolken, hier hat man etwa 340 klare Nächte im Jahr. Und der Grund, warum das so ist, sieht man eigentlich ganz schön auf diesem Foto hier, das ist vom Space Shuttle aufgenommen worden. Hier sieht man das Hubble-Weltraumteleskop, das da gerade geserviced wurde. Wir gucken hier auf Chile runter, Süden ist hier oben, also hier oben ist Feuerland. Und das ist die Atacama-Wüste. Die wird nach Osten hin begrenzt durch die Anden, also durch 5000, 6000 Meter hohe Berge und alles, was eben vom Osten kommt, regnet sich an diesen Bergen ab. Und hier entlang der Küste Chiles fließt der Humboldt-Strom. Der ist nur 5 Grad kalt, sehr kaltes Wasser. Es gibt wunderschöne Strände hier in Chile, aber mit Schwimmen ist so eine Sache. Habe ich mal versucht. Ist kalt, frisch. Und auf jeden Fall sorgt dieses kalte Wasser, kühlt natürlich auch die darüber liegende Luft ab und das sorgt für eine sogenannte Inversionslage. Das heißt, die Luft wird wärmer, wenn ich nach oben komme. Die ist unten kälter als oben. Normalerweise ist es umgekehrt. Normalerweise ist oben die kalte Luft und unten die warme Luft. Hier ist es aber andersrum. Und das sorgt dafür, dass diese ganze kalte Feuchte, die feuchte Luft über dem Meer, dass die gedeckelt wird von der warmen Luft, die oben drüber liegt. Und die feuchte Luft kann nicht aufsteigen und kann nicht über das Land ziehen. Das VLT, das Very Large Telescope, das wir eben schon gesehen haben, diese 4, 8 Meter Teleskope, die liegen hier, nur 12 Kilometer von der Küste entfernt. Man sollte meinen, dass das kein guter Standort für ein Teleskop wäre, aber das ist einer der besten Standorte, die wir kennen. Es ist hier eben diese Kombination aus der geografischen Lage hier ergibt eben hier eine extreme Trockenheit. Die Atacama ist eine der trockensten Wüsten der Welt mit Luftfeuchtigkeiten von unter 10 Prozent meistens. Also da ist es schon sehr, sehr trocken. Also da soll das ELT gebaut werden und zwar ganz in der Nähe vom VLT. Hier sieht man das Paranal-Observatorium, wo das Very Large Telescope steht. Hier stehen die 4, 8 Meter Teleskope und hier drüben an einer Entfernung von etwa 23 Kilometern auf einem anderen Berg, dem Cerro Amazonas, da soll eben das ELT entstehen, besonders soll nicht nur, da entsteht es auch, denn die Grundsteinlegung war schon im Mai 2017. Das hier war der damalige Generaldirektor der europäischen Südsternwarte, Sternwarte, die eben dieses Ding bauen. Wissen Sie, wer das ist? Habe ich es gehört? Das ist die damalige chilenische Präsidentin. Das ist der Stellenwert, den die Astronomie in Chile einnimmt. Die Chilenen unterstützen das sehr, sehr stark und dieses ganze Gelände, das wir da eben gesehen haben, wurde von der chilenischen Regierung an die ESO abgetreten. Also die unterstützen das sehr, sehr stark. Vielleicht kommt ja Frau Merkel auch mal irgendwann zu uns. So sieht es auf diesem Berg mittlerweile aus, da ist eine neue Straße, das ist der alte Ziegenpfad sozusagen, da der hochgeht, hier ist eine neue Straße gebaut worden und hier sieht man jetzt schon die Fundamente, die da entstehen. Der Berg ist ein Kopf kürzer gemacht worden, der war ursprünglich 3064 Meter hoch, jetzt ist er nur noch 3046 Meter hoch und das musste eben passieren, um eine Fläche von etwa zwei Fußballfeldern größer da herzustellen, eine ebene Fläche, um eben sowohl das Fundament beherbergen zu können, als auch eben die ganzen Bauaktivitäten. Wenn man meint, das alles spielt sich nur im fernen Chile ab, denkste, das hier ist auf den Straßen von Mainz vor nicht allzu langer Zeit, denn in Mainz hat Schott seine Werke oder Teil seiner Werke und was man hier sieht, ist eben den Sekundärspiegel, von dem ich eben schon gesprochen habe, der eben in Mainz gegossen wurde und dort diverse Phasen, Bearbeitungsphasen noch durchläuft, aber das passiert eben jetzt schon gerade hier in Deutschland. Also das Ding ist im Bau. Jetzt wollte ich noch zwei Dinge zu dem Teleskop sagen, zwei technische Sachen sozusagen. Das eine ist, mit seinen 39 Metern Durchmesser ist dieses Teleskop natürlich viel zu groß, um das aus einem Stück Glas zu machen. Das geht nicht. So ein großes Stück, naja, die werden sowieso nicht aus Glas gemacht, aus Glaskeramik werden diese Spiegel hergestellt, aber so ein großes Stück kann ich daraus nicht bauen. Deswegen, man sieht das hier schon, ist dieser Spiegel eben segmentiert. Der wird aus diesen insgesamt 798 Einzelteilen zusammengesetzt. Die sind sechseckig, etwa 1,40 Meter groß und nur 5 Zentimeter dick. Und die haben ihre eigenen Formen sozusagen und die muss man eben so zusammenfügen, damit sie als Ganzes einen einzigen Spiegel ergeben. Das ist gar nicht so ganz einfach. Jedes einzelne dieser Teile, hier sieht man einige Prototypen, die sind alle einzeln aufgehängt, wir haben 27 Kontaktpunkte und die können hoch und runter geschoben werden, die können um zwei Achsen gedreht werden und sie können sogar in sich ganz leicht verformt werden. Und all diese Technologie, das brauche ich eben, um eben diese perfekte Spiegelform eines einzelnen Spiegels eben hinzukriegen. Das ist das der weltlangweiligste Video. Das ist schon im Zeitraffer aufgenommen, aber das war das erste Mal, als wir diese Elemente kontrollieren konnten. Hier sieht man Sensoren, wo eben jedes Segment sozusagen seinen Nachbarn mit feststellen kann, wo genau sein Nachbar liegt. Also Segmentierung ist das eine. Das andere ist, hat damit zu tun, ganz originär damit zu tun, warum wir eigentlich größere Teleskope bauen wollen. Naja, ich habe eben schon mal angesprochen, die Lichtsammelkapazität, die Lichtsammelfläche. Ist klar, je größer mein Teleskop ist, desto mehr Licht pro Zeiteinheit kann ich einsammeln und desto sensibler, desto sensitiver ist mein Teleskop, desto lichtschwächere Objekte kann ich sehen. Aber der andere Grund ist, dass ich, dass die Schärfe eines Bildes, das ich mit einem Teleskop machen kann, dass diese Schärfe von der Größe des Teleskops abhängt. Je größer mein Teleskop, desto schärfer sind die Bilder, die ich damit machen kann. Das ist geometrische Optik. Da kann man nicht drum herum gehen. Okay, prima, baue ich ein größeres Teleskop, kriege ich ein schärferes Bild. Äh, nicht ganz. Denn es gibt einen kleinen Störfaktor und dieser kleine Störfaktor, wir hatten ihn eben schon mal angesprochen, dieser kleine Störfaktor ist die Erdatmosphäre, diese dünne Schicht Luft. Von der Erdoberfläche aus ins Weltraum zu gucken, in den Weltraum zu gucken, ist ein bisschen so, als säße man auf dem Boden eines Schwimmbads und guckt nach draußen. Wenn die Oberfläche des Schwimmbads nicht perfekt still ist, dann sieht man die Außenwelt verzerrt. Und genau so ist es mit der Erdatmosphäre auch. Wenn Sie nachts, falls Sie einen Garten haben, oder auf der Straße stehen und in den Himmel gucken und dann sehen Sie die Sterne und dann sehen Sie die Sterne funkeln. Richtig? Hat jeder schon mal gesehen. Das Funkeln hat mit den Sternen überhaupt nichts zu tun. Sterne funkeln nicht. Was da funkelt, sind die Störungen, was dieses Funkeln erzeugt, sind Turbulenzen in der Erdatmosphäre, die das Bild des Sterns verzerren. Das lässt das Bild, diese Turbulenzen in der Erdatmosphäre, die dafür sorgen, dass verschiedene Luftpakete einen verschiedenen optischen Brechungsindex und das lässt das Bild des Sterns so ganz minimal hin und her tanzen. Und das nimmt man als funkeln wahr. Was das zur Folge hat, ist, dass wenn ich eine lange Belichtungszeit habe, ist, dass mein Bild verschmiert wird. Es wird weniger scharf, als es eigentlich sein könnte. Und tatsächlich ist es so, dass bei großen Teleskopen heutzutage ist der limitierende Faktor, ist nicht die Größe des Teleskopes, sondern der limitierende Faktor, wie scharf mein Bild sein kann, ist die Atmosphäre, ist dieser Verschmierungseffekt, der durch Turbulenzen in der Atmosphäre erzeugt wird. Ah, Moment, aber wenn das so ist, dann lohnt es sich überhaupt nicht, größere Teleskope zu bauen. Wenn ich schon am Limit bin, mit meinen jetzigen Teleskopen, schon am Limit bin dessen, was möglich ist, warum soll ich dann noch ein größeres Teleskop bauen? Die Antwort ist, dass wir dagegen was unternehmen können. Und diese Technologie, das ist die adaptive Optik und das funktioniert ungefähr so. Hier kommt also das Licht eines Sterns und hier werden diese Wellen, werden hier verzerrt und der Stern springt, das Bild des Sterns springt hin und her. Jetzt nehme ich das Signal und nehme einen Computer. Eigentlich wollte ich das jetzt mal pausieren. Moment. Jetzt habe ich einen Spiegel irgendwo in meinem Strahlengang und zu Anfang war der Spiegel perfekt flach. Jetzt kommen hier diese verzerrten Wellenfronten an und dann, wenn der Spiegel perfekt flach ist, dann nach der Reflexion sind die Wellenfronten noch genauso verzerrt. Das heißt, der Stern springt immer noch genauso hin und her. Jetzt habe ich aber einen Computer, der sich das Bild dieses Sterns ankuckt und genau analysiert, wie der Stern hin und her springt. Und daraus kann man errechnen, wie ich meinen Spiegel zu verformen habe. Ich habe hier hinten solche Stempel dran, solche sogenannten Aktuatoren, mit denen ich den Spiegel ganz minimal verformen kann. Das ist natürlich völlig übertrieben dargestellt hier. Der wird nur ganz minimal wird der verformt. Und zwar genau so, dass nach der Reflexion all diese Verformungen hier herausgenommen worden sind. Dass sich dann diese perfekten parallelen Wellenfronten haben und diese parallele Wellenfronten entsprechen eben einem perfekt stabilen Bild. Diese Technik passiert in Echtzeit, während man beobachtet. Es ist nicht irgendwas, was man im Computer hinterher macht, es ist kein Post-Processing oder irgendwie sowas, sondern es passiert in Echtzeit, während man beobachtet. Hier ist der Spiegel zuerst gerade, jetzt wird er verformt, jetzt kommen hier diese geraden Wellenfronten raus. Wenn ich das also einstelle sozusagen, dann hat das diesen Effekt. Und das ist zwar eine Simulation hier, aber in Echt sieht es tatsächlich genauso aus. Wenn man am Teleskop sitzt und man sieht das Bild eines Sternen, sieht man so hin und her tanzen und dann wird das eingeschaltet, die Kontrollschleife sozusagen wird geschlossen und dann steht das Bild perfekt da. Und damit kann ich sozusagen diese Turbulenzen, diese Verzerrungen der Atmosphäre rückgängig machen. Wir können damit die Sterne entfunkeln sozusagen. Und dadurch ist es überhaupt erst möglich, wirklich das Auflösungsvermögen eines solch großen Teleskops überhaupt tatsächlich nutzen zu können. Das geht nur mit dieser Technologie. Und im ELT wird es von vornherein geplant worden, einen solchen deformierbaren Spiegel wirklich mit ins Teleskop reinzubauen. Und zwar wird das hier der vierte sein, der M4, der wird etwa 6000 solcher Aktuatoren haben und dieser Spiegel ist immerhin noch zweieinhalb Meter groß, wird eben 6000 solcher Aktuatoren haben, um das zu verformen. Warum will ich denn so eine große Auflösung haben? Reden wir mal ganz kurz nochmal über die Wissenschaft. Wir haben vorhin schon über die Exoplaneten gesprochen. Das hier ist das erste Bild eines Exoplaneten. Sieht jetzt nicht so wahnsinnig spannend aus. Das hier ist der Stern, das ist der Exoplanet. Das ist vom VLT aufgenommen worden, ich glaube 2004 war es, lassen wir mich nicht lügen. Aber was wir wirklich, dass wirklich der heilige Grail sozusagen in der Exoplanetenforschung ist, ist zu versuchen nachzusehen, ob es auf so einem Planeten womöglich extraterrestrisches Leben geben könnte. Naja, auf dem Planeten hier finden Sie garantiert kein extraterrestrisches Leben. Warum? Naja, dieser Planet hat etwa fünf Jupitermassen. Ja, das ist schon schlimm genug. Aber das andere ist, dass der viel zu weit von seinem Mutterstern entfernt ist. Diese Entfernung hier ist ungefähr das 1,5-fache der Entfernung zwischen Sonne und Pluto. Der ist viel zu weit von seinem Stern entfernt. Da draußen ist es viel zu kalt. Ich will eigentlich einen Planeten untersuchen, oder Planeten untersuchen, die in der sogenannten bewohnbaren oder auch habitablen Zone um ihren Mutterstern sind. Was ist diese habitable Zone? Das ist ganz einfach. Das ist der Abstand von einem Stern, wo es gemütlich warm ist. Wenn ich zu weit draußen bin, kriege ich zu wenig Strahlung von dem Stern ab, dann ist es zu kalt. Wenn ich zu nah dran bin, kriege ich zu viel Strahlung ab, dann ist es zu heiß. Im richtigen Abstand zu heiß, zu kalt für was? Naja, um Wasser ungefähr flüssig halten zu können an der Oberfläche. Sie werden sich freuen zu hören, dass die Erde in der habitablen Zone der Sonne liegt. Das ist schon mal gut. Aber generell ist es einfach so, dass diese habitablen Zonen sehr, sehr nah an ihren Sternen dran sind. Wie genau? Das hängt von der Größe des Sterns ab und so weiter. Details spielen jetzt keine Rolle, aber die sind sehr, sehr, sehr nah dran. Und da können Sie sich vielleicht vorstellen, dass das ein Problem ist. Ich habe einen Stern, der sehr hell ist. Und dann habe ich einen Planeten, der überhaupt gar nicht sehr hell ist, weil der gibt ja kein eigenes Licht ab. Der reflektiert hier nur das Licht seines Muttersterns. Und dieser Planet ist sehr nah an seinem Mutterstern dran und jetzt schiebe ich das Ganze zu einer großen Distanz hin. Das ist ein bisschen so, als würden Sie versuchen, eine LED neben einem Stadionflutlicht aus einer Entfernung von 200 Kilometern zu sehen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber nicht ganz übertrieben, was ich gerade gesagt habe. Dieser Vergleich, also einen erdähnlichen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern in einer Entfernung von etwa 10 Lichtjahren zu sehen, ist ungefähr wie die LED 10 Zentimeter neben einem Flutlicht auf einer Entfernung von 200 Kilometern. Das ist nicht so ganz leicht. Um das zu machen, muss ich eine extrem hohe Auflösung, eine extrem hohe Schärfe meines Bildes erreichen. Und warum will ich denn dieses Licht von diesem Planeten sehen? Naja, ich will das Licht von so einem Planeten analysieren können, um sehen zu können, woraus die Atmosphäre eines solchen Planeten gemacht ist. Wir wissen, dass auf der Erde die Entstehung des Lebens, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre ganz grundlegend verändert hat. Einfachstes Beispiel, die Erfindung der Photosynthese hat aus unserer Atmosphäre eine sehr sauerstoffreiche Atmosphäre gemacht. Das gab es vorher nicht. Und die Idee ist, dass das auf anderen Planeten eben auch so sein könnte. Und jetzt kann man eben aus einer Kombination an verschiedenen Molekülen und Elementen, also zum Beispiel Kohlendioxid, Wasser, Methan und all solchen Dingen, kann man, wenn man die detektieren könnte in der Atmosphäre eines extrasolaren Planeten, dann könnte man eventuell darauf schließen, dass es auf der Oberfläche dieses Planeten weit verbreitetes Leben gibt. Das ist das Ziel sozusagen. Und um das eben erreichen zu können, dafür brauche ich eben erstens ein großes Teleskop, das geht nur mit segmentierten Spiegeln und zweitens brauche ich dafür eben diese adaptive Optik, um wirklich die volle Auflösung des Teleskops erreichen zu können. Ein anderes Beispiel, wo es nicht so sehr um die Auflösung geht, sondern um die Lichtsammelkapazität, um die Sensitivität dieses Teleskops, ist, wenn wir in das ganz frühe Universum gucken wollen. Das hier ist eine sehr berühmte Aufnahme, das ist das Hubble Ultra Deep Field, aufgenommen vom Hubble Weltraumteleskop, mehr als elf Tage lang wurde ein Fleck am Himmel belichtet, das ist so ziemlich die tiefste Aufnahme des Universums, die die Menschheit jemals gemacht hat. Und fast jeder Fleck, den wir hier sehen, ist eine sehr, sehr weit entfernte Galaxie. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein und gucken uns mal diesen kleinen roten Punkt, also nicht den Laserpunkt, sondern diesen kleinen roten Punkt da an. Da zoomen wir mal noch rein, haben wir eine ganze Galerie von solchen Dingen. Das sind die Objekte, das sind die am weitesten entfernten Objekte, die wir bisher haben sehen können. Die sind ungefähr so weit weg, dass das Licht summa summarum etwa 13,2 Milliarden Jahre gebraucht hat, um bis zu uns vorzudringen. Das ganze Universum ist überhaupt nur 13,7 bis 13,8 Milliarden Jahre alt. Also da, als dieses Licht ausgesandt wurde, war das Universum nur ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Und doch sind das nicht die allerersten Galaxien. Die ersten Galaxien? Ja, es muss erste Galaxien gegeben haben. Hier ist die sozusagen schematisch mal die Entwicklung des Universums so ein bisschen dargestellt. Hier hinten ist sozusagen der Urknall. Dann kommt hier die kosmische Hintergrundstrahlung. Und dann kommt hier diese Phase im Universum, die ist hier als Dark Ages betitelt, das dunkle Zeitalter. Da gab es noch keine Sterne. Da war die ganze Materie im Universum noch so homogen verteilt, dass sich noch keine Klumpen haben bilden können, aus denen hätten Sterne oder Galaxien entstehen können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es irgendwann die ersten Sterne und ersten Galaxien gegeben haben muss. Und die haben wir aber bisher noch nicht gesehen. Dafür reichen unsere derzeitigen Teleskope nicht aus, weder am Boden noch im Weltall. Und diese Phase ist sozusagen die letzte unbeobachtete und undokumentierte, das letzte undokumentierte Zeitalter in der Geschichte des Universums. All was danach kommt, das haben wir alles gesehen. Wir haben auch die kosmische Hintergrundstrahlung gesehen. Dahinter können wir nicht gucken, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dieses Stück hier, dieses letzte Stück, das haben wir eben noch nicht mit unseren Teleskopen sehen können. Das ist eine der großen Aufgaben der nächsten 20 Jahre und eben auch eine Aufgabe für das ELT, eben seine enorme Sensitivität einzusetzen, um diese ersten Galaxien eben sehen zu können. Und das wird es vor allem eben auch im Zusammenspiel mit diesen Kandidaten hier tun. Das ist das James Webb Space Teleskop, das hoffentlich im März 2022 gelauncht werden will. Oft wird es betitelt, als der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops ist es nicht wirklich, ist ein bisschen anders, aber ein 6,5 Meter großes Teleskop mit diesem Sonnenschutz hier hinten. Es schützt sich von der Strahlung der Sonne, denn es ist ein Infrarot-Teleskop und die Wärmestrahlung der Sonne schadet. Man will das Teleskop davor schützen, sich selbst aufzuheizen, dann würde es sich selbst sozusagen blenden und deswegen hat es hier diese Sonnenschein. Man sieht hier auch, dass es segmentiert ist. Ganz kurz hier der Vergleich mit Hubble. JWST wird eben 6,5 Meter groß sein im Vergleich zu diesen 2,4 Metern und es wird vor allem eben im Infrarot-Wellenlängenbereich beobachten. 6,5 Meter ist ein bisschen ein Problem. Haben Sie schon mal eine Rakete gesehen mit 6,5 Meter Durchmesser? Ich nicht. Das ist in der Tat ein Problem, deswegen muss man das Ding zusammenfalten, um es in eine Ariane packen zu können, denn es wird auf eine Ariane gelauncht werden hoffentlich. Das heißt, es wird in diesem zusammengefalteten Zustand nach oben geschickt. Da dreht sich jedes Mal, wenn ich das sehe, dreht sich mir der Magen um, weil natürlich, wenn es zusammengefaltet ist, muss es sich im Weltall entfalten und das ist eine dermaßen komplexe Prozedur, bei der so viel schief gehen kann, dass mir ganz schlecht wird. Also das sind ungefähr die Schritte, die passieren müssen. Da entfalten sich die Sonnensäge und wenn auch nur einer dieser Schritte daneben geht, das ist das Ende. Denn anders als Hubble fliegt dieses Weltraumteleskop nicht in 600 Kilometer, also sehr nah um die Erde herum, sondern, wenn wir gleich sehen, bei einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern. Das ist also etwa ein Prozent der Entfernung zur Sonne. Also das ist wirklich weit weg. Die Tatsache, dass sich die Ingenieure das trauen für ein Astronomie-Projekt, sagt mir, dass sie das schon mal gemacht haben. Wahrscheinlich gibt es solche Teleskope schon längst, weil die amerikanischen Militärs, denke ich, oder Geheimdienste werden wahrscheinlich sowas schon haben. Die gucken natürlich in die andere Richtung, nach unten, aber die Tatsache, dass sie sich das trauen für ein Astronomie-Projekt, sagt mir, die trauen sich das deshalb, weil sie wissen, dass sie es können, weil sie es schon mal gemacht haben. Wie gesagt, 1,5 Millionen Kilometer entfernt, hier im Lagrange Punkt 2, da wird dieses Teleskop sich befinden. Okay, allerletzter Punkt. Können Sie noch? Einen Punkt noch. Eine Sache würde ich noch erzählen, weil das ist echt cool. Schwarze Löcher. In jedem guten Vortrag muss immer ein schwarzes Loch vorkommen. Eben hatten wir ja schon welche, aber jetzt nochmal was. Das hat hier auch einen großen Bezug eben hier nach München und nach Garching. Wir wissen schon seit einer ganzen Weile, dass es schwarze Löcher geben muss, in den Zentren von Galaxien, da werden solche enormen Mengen freigesetzt an Strahlung, dass das mit normaler Sterneentstehung nicht zu erklären ist. Da muss es supermassive, sehr große schwarze Löcher geben, die eben Materie anziehen, in großen Aggressionsscheiden um sich versammeln und das so aufheizen, das Gas, dass da eben diese enorme Strahlung herauskommt. Aber der beste Beweis, dass es wirklich schwarze Löcher gibt, ist der folgende. Das ist die Milchstraße, wie man sie aus der Atacama-Wüste sieht. Und jetzt zoomen wir da mal rein. Und was eben Kollegen gemacht haben, eben unter anderem hier aus Garching, aber auch in Amerika gemacht haben, sie sind über Jahre, Jahrzehnte, seit mittlerweile mehr als 25 Jahren, haben sie Aufnahmen vom Zentrum unserer Milchstraße gemacht, also wirklich von dem Herz unserer Galaxie. Und wenn man diese Aufnahmen dann zusammenfügt, über die Jahrzehnte hinweg, kann man einen Zeitraffer-Film sozusagen daraus zusammenstellen. Und das werden wir jetzt hier gleich sehen, wenn wir fertig sind, rein zu zoomen. Das versuche ich nur mal so darzustellen, was hier die Skalen eigentlich so sind. Wiederum, dafür brauche ich eine sehr hohe Auflösung, möglichst hohe Auflösung, um eben wirklich die Sterne dort im Zentrum der Galaxie auseinanderhalten zu können. Jetzt haben wir hier diesen Ausschnitt und das sind jetzt echte Daten, das ist keine Simulation, sondern das sind wirklich echte Daten. Was man jetzt hier sieht, sind Sterne, die sich bewegen. Aber die bewegen sich nicht irgendwie, sondern die bewegen sich, wenn man vor allem den hier verfolgt, sieht man ganz eindeutig, dass der sich auf hier so einer Ellipse bewegt. Genau wie die Keplerischen Gesetze vorhersagen, der bewegt sich um irgendetwas herum. Aus der Bewegung dieser Sterne kann man errechnen, wie viel Masse das Objekt hat, das dort umkreist wird. Genau, das ist überhaupt kein Mysterium, das ist gar nicht schwierige Physik, das ist genau wie im Sonnensystem, aus der Bewegung der Planeten kann ich die Masse der Sonne errechnen. Und die Antwort hier in diesem Fall ist, dass das Objekt, das dort umkreist wird, eine Masse hat von 4,2 Millionen Sonnenmassen. Das ist eine ganze Menge. Aber nicht nur das, ja, wo sind sie denn, die 4,2 Millionen Sonnenmassen? Ich sehe ja gar nichts da. Da ist kein Punkt. Und nicht noch darüber hinaus, dieser Stern hier kommt diesem zentralen Objekt sehr, sehr nah. Das heißt, ich habe 4,2 Millionen Sonnenmassen, die sich sehr kompakt arrangieren muss, in einem sehr geringen, kleinen Raum, und das kein Licht abgeben darf. Und die Antwort dafür ist ein schwarzes Loch. Das ist sozusagen der beste Beweis dafür, dass wir hier im Zentrum unserer Milchstraße tatsächlich ein schwarzes Loch haben. Hier ist der Nachweis immer noch so ein Tuck indirekt, in dem Sinne, dass wir eben nur die Bewegung der Sterne da rumsehen. Wäre es denn nicht möglich, tatsächlich ein richtiges Bild von dem schwarzen Loch aufzunehmen? Ja klar, das schwarze Loch selbst ist natürlich schwarz, von dem selbst kann ich es natürlich nicht sehen, aber ich kann es ja irgendwie sozusagen als Schatten sichtbar machen. Und die Antwort dafür ist, ja, es geht, so gerade. Wie macht man das? Mit dem sogenannten Event Horizon Telescope. Event Horizon ist der Ereignishorizont, so nennt man die Grenze eines schwarzen Loches. Das ist die Grenze, wenn Sie außerhalb sind, sind Sie draußen, wenn Sie jenseits dieses Ereignishorizonts sind, dann sind Sie drinnen und kommen auch nie wieder raus. Der Ereignishorizont ist eine Grenze, die man nur in eine Richtung überschreiten kann, nämlich nur rein. Raus kommen Sie nie wieder. Deswegen auch nicht mal ein Lichtteilchen kommt raus, deswegen ist ein schwarzes Loch schwarz. Wie kann ich das beobachten? Naja, ich brauche dafür ein Teleskop von enormer Auflösungskraft, denn dieses Ding ist so ein Ereignishorizont, obwohl es 4,2 Millionen Sonnenmassen hat, ist dieses Ding sehr, sehr klein. Die Ausdehnung am Himmel ist etwa nur 10 Mikro, also 10 Millionstel Bogensekunden. Was ist jetzt schon wieder eine Bogensekunde? Der Mond, der Vollmond hat 30 Bogenminuten im Durchmesser. Eine Bogenminute hat 60 Bogensekunden und davon ein Millionstel. Das ist die Ausdehnung des schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie. Also dafür brauchen Sie eine wirklich große, hohe Auflösung. Wie geht das? Das geht nicht mal mit dem ELT. Was Sie da machen, ist, Sie schließen Teleskope zusammen, die auf dem ganzen Planeten verteilt sind, auf der ganzen Erde verteilt sind. Und zwar machen Sie das mit Millimeter-Teleskopen. Je kürzer die Wellenlänge, desto besser, aber das mit optischen Teleskopen zu machen, ist technisch nicht möglich, aber man kann es mit Radiowellen machen, aber dann nimmt man eben die kürzesten Radiowellen, mit denen es geht, und das ist eben etwa bei 1,3 Millimeter. Und da schließt man eben all diese Radioteleskope virtuell sozusagen zusammen in ein einziges Teleskop. Und was man dann erhält, ist ein Instrument, das die virtuelle Auflösung hat, wie ein Teleskop, das diese Größe hat. Also quasi ein planetengroßes Teleskop, das ich mir da zusammenbaue. Hier, Alma, das hatte ich vorhin schon mal gezeigt, das ist Teil dieser ganzen, oder das kann man mit einschließen, mit einschließen in dieses Netzwerk von Teleskopen. Man nimmt diese Daten auf, dann werden die Daten zusammengeführt, werden in einem Computer bearbeitet, korreliert nennt man das, und dann kann man daraus hoffentlich das Bild eines schwarzen Loches formen. Was wollte ich damit sagen? Egal, überspringe ich mal. Die Idee ist also eben tatsächlich, wirklich die Form des schwarzen Loches zu erschließen und der Materie, die darum fließt, denn dadurch lassen sich ganz grundlegende Eigenschaften über die allgemeine Relativitätstheorie, über unser bestes Verständnis der Schwerkraft erschließen. Und zwar in einer, wie gesagt, in der Umgebung eines supermassiven schwarzen Loches. Das ist der einzige Ort im Universum, wo wir diese Physik, also Schwerkraft bei sehr hoher, in sehr hoher Schwerkraft, bei sehr hoher Raumzeitkrümmung, wo wir das testen können. Hier ist die Schwerkraft ja, auf der Erde ist die Schwerkraft vernachlässigbar gering. Okay, wir stehen zwar auf dem Boden, aber es ist eine sehr, sehr schwache Kraft hier auf der Erde und hier wird die Schwerkraft wirklich stark. Und das ist der einzige Ort, dieses supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Windstraße ist der einzige Ort, wo wir Schwerkraft und unsere Theorien zur Schwerkraft wirklich überprüfen können in diesem starken Limit. Also da wird viel kommen. Die Daten sind eigentlich im Kasten. Es gab hier schon bei National Geographic, solche Überschriften haben womöglich endlich das erste Bild eines schwarzen Loches aufgenommen. Es hieß eigentlich schon, dass sie schon vor circa einem Jahr die Daten produzieren wollten. Es ist bisher allerdings noch nicht passiert. Vermutlich, weil es nicht so ganz einfach ist, was sie da vorhaben. Aber ich denke, in Kürze wird das der Fall sein, dass sie morgens die Zeitung aufschlagen beim Kaffee und werden die Überschrift sehen, erstes Bild eines schwarzen Loches aufgenommen. Also das steht unmittelbar bevor. Okay, ich könnte noch ganz viele andere Dinge erzählen. Es sind noch ganz, ganz viele andere Teleskope in der Mache, im Bau und in der Planung. Euclid, ein neues Durchmusterungsteleskop, das im Weltraum stationiert sein wird. Das Gegenstück zu dem LSST, das für die Spektroskopie, das auf Monarchia geplant ist. Das Square Kilometer Array, ein Radioteleskop mit der Lichtsammelflechte von einem Quadratkilometer, das in Südafrika und im Westen Australiens entstehen wird. Das Cherenkov Teleskop Array, das gerade gebaut wird unter Beteiligung hier in München von den Physikinstituten hier in München. Also es ist wahnsinnig viel in der Mache im Augenblick und die Astronomie bleibt einfach wahnsinnig spannend. Und ich habe vorhin vom goldenen Zeitalter der Astronomie gesprochen und ich würde sagen, das beginnt überhaupt erst jetzt. Okay, vielen Dank. Applaus 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 Applaus